ja alle leute ich bin hier vom apple store in berlin der macht in zwei tagen auf freitag um 17 uhr ich bin jetzt schon hier schauen wir die stadt an ich stelle mich hier mit marvin an anstellen wir die ja also marvin stellt sich schon mal fleißig ab ja ich komme dann in zwei tagen wieder und schaue wie weit er ist wenn ihr mich und marvin treffen wollt kommt einfach am freitag 15 uhr vorbei am besten schon eine stunde vorher oder so oder noch früher zum anstellen dann könnt ihr uns sehen und dann könnt ihr den neuen apple store auch mal anschauen dann sehen wir uns freitag wenn ihr vorbeikommt wenn nicht ich werde ein video machen bis dann ja